So, wir versuchen mal wieder ein bisschen zu fliegen. Wir haben Sturmwarnung heute, also es ist sehr windig. Deswegen habe ich auf volle Power geschaltet. Man hat drei Leistungsstufen quasi. Mal probieren. So. 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 Da wird ganz schön weggeschrieben. Aber noch geht alles. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020